Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 142. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Junge, Junge, hier war was los. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich war gar nichts los. Ich war diese Woche Strohwittwer. Oder nee, warte. Ich fange mal an mit etwas, das ich vergessen habe in der vergangenen letzten Episode. In der 141 hätte ich eigentlich einen Audiokommentar einspielen wollen von Christian. Zu meiner Folge 140, wo es um meinen Besuch in der Elbphilharmonie geht, habe ich peinlicherweise vergessen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Hier ist Christian. Ich muss sagen, dein Bericht, da läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter, war wirklich sehr, sehr gelungen und ganz toll gestaltet. Du hast wirklich das komplette Programm gemacht, vom sich nähernder Philharmonie bis betreten und auf dieser Plaza die Rolltreppe, der Gesamteindruck. Du hast uns da wirklich ganz toll hingeführt und man konnte also wirklich dabei sein. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, denn du hast es mehrfach beschrieben. Es wird wahrscheinlich für Normalsterbliche doch leider schwierig sein, in den nächsten ein, zwei, vielleicht drei Jahren oder vielleicht überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, dort hinzugehen. Das ist der große Wermutstropfen an der ganzen Geschichte. Aber vielleicht komme ich gleich nochmal dazu. Und dann letztendlich das Betreten des Saales. Dein Eindruck, es war also wirklich, ich war vollkommen mit dabei. Ich habe auch noch nicht die Eröffnung im Fernsehen gesehen. Ich habe das aufgezeichnet. Bekanntermaßen bin ich unterwegs und gucke praktisch gar kein Fernsehen. Aber das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und das werde ich dann genießen, wenn ich wieder zu Hause bin. Hier für unterwegs war es wirklich extrem wertvoll, wie du berichtet hast, wie du gesessen bist. Der Blick auf den Saal, der Blick auf das Orchester, der Blick auf den Dirigenten. Und dann kam es auch zum Akustischen und wahrscheinlich ist nichts schwerer, als etwas Akustisches dann in Worte zu fassen. Und du bist ja auch jetzt nicht der durchgängige Klassik-Konzertbesucher. Du hast es dann selbst gemerkt, als du von Songs gesprochen hast oder Stücken. Wir strengen Klassiker würden eher von Werken sprechen. Sei es aber, wie es will. Ich habe genau verstanden, was du gemeint hast. Und als du dann selbst etwas sprachlos warst, was ja ein sehr außergewöhnliches Ereignis ist. Jörn Schar und sprachlos widerspricht sich eigentlich. Aber da habe ich richtig gemerkt, dass es dir um jedes Wort schade gewesen wäre, diesen Eindruck eventuell falsch zu beschreiben. Und in dem Moment ist mir auch sehr, sehr die Gänsehaut aufgegangen und kalt den Rücken runtergelaufen. Ich konnte es mir einfach gut vorstellen, wie du es berichtet hast. Auch dieser Vergleich mit dem Kopfhörer, dass man es also wirklich so gut um sich herum fühlt, das hat in mir auf jeden Fall was ausgelöst. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das dort klingt. Ich hoffe sehr, dass es trotzdem mir irgendwann mal gelingen wird, in diesen Konzertsaal zu gehen, dort was zu hören oder natürlich noch traumhafter wäre, auch dort zu spielen. Was übrigens oft ein Unterschied ist. Ich kenne nun schon einige großartige Konzertsäle in Deutschland und auch den einen oder anderen in anderen Ländern. Nehmen wir aber hier herausragend die Berliner Philharmonie, die ja auch dieses Konzept des Orchesters in der Mitte und drumherum. Und ich hatte das große Glück als Student, dort mit den Münchner Philharmonikern mal zu spielen. Das war also ein sensationelles Erlebnis. Wunderbar zum Spielen ist auch die Philharmonie in München. Die ist aber leider nicht schön zum Hören. Als Publikum, wenn man dort drin sitzt, das hört sich alles sehr weit entfernt an und sehr indirekt. Und von daher hat man da in Hamburg garantiert den richtigen Weg gewählt. Und ich hoffe also wirklich, das mal erleben zu können. Oder auch, dass wir vielleicht in München einen ähnlichen Konzertsaal mal bekommen. München kämpft seit längerer Zeit darum, doch auch einen up-to-date, vernünftigen Spitzenklassenkonzertsaal zu bekommen. Zurück zu deiner Folge nochmal abschließend. Ganz, ganz toll berichtet. 1A, Grimme Online Award und so weiter, wie du es erwähnt hast. Auf jeden Fall würdig. Vielleicht sollte man da mehrere von uns mal drauf voten. Sei es wie es will. Danke dir für diesen wirklich tollen musikalischen und optischen und gefühlsmäßigen Bericht. Mach's gut. Ciao. Ja, vielen Dank, dass es dir so gut gefallen hat. Und auch vielen Dank an alle anderen, die über Twitter und per Mail sich gemeldet haben und Bescheid gesagt haben, dass sie das auch mochten, was ich da erzählt habe über die Elbphilharmonie. Bei der Gelegenheit hatte ich ein Twitter-Gespräch und ich habe, oh, peinlich, den Namen vergessen. Jemand wies mich darauf hin, dass es ein Problem mit den Kapitelfotos gibt. Und zwar habe ich ja immer dieses Fotogeräusch, das ich einblende, wenn es Kapitelfotos gibt oder wenn ich ein Bild habe, das zum Inhalt passt. Und zwischen dem Geräusch und der Einblendung des Bildes vergingen immer so ungefähr fünf bis sieben Sekunden. Und dann stellte sich auch noch raus, dass ich offenbar ein Foto vergessen habe. Und so entstand der Eindruck irgendwie, dass da irgendwo in der Mitte eins verloren gegangen sein könnte. Das ist unbefriedigend. Insofern werde ich, glaube ich, in Zukunft darauf verzichten, dieses Geräusch einzublenden. Das ist zwar blöd, das war ja eine bewusste Entscheidung, um eben diejenigen, die einen Podcatcher mit dieser Kapitelfotofunktion benutzen, auch darauf hinzuweisen, dass da ein Foto ist. Nur wenn das nicht zuverlässig kommt, wenn die Einblendung des Bildes nicht mit der Kapitelmarke übereinstimmt zuverlässig, dann kann ich mir das auch schnell schenken. Dann ist das Quatsch. Brauche ich da nicht. Und insofern lasse ich das mal wieder bleiben. War ein Experiment, hat aber ehrlich gesagt auch mehr Arbeit gemacht als Nutzen gebracht. Das wissen wir mittlerweile. Der übliche Rückblick auf die Woche. Ich hatte mehrfach in Kiel zu tun dieses Mal und bin mit dem Zug hin und her gefahren. Beim ersten Mal am Dienstagmittag wieder zurück. Ja, also die Hinfahrt war unspektakulär, deswegen ist das Quatsch, darüber zu sprechen. Ne, die Rückfahrt, die war interessant. Da stand nämlich an dem Zug, in dem ich saß, ein Schild, ein Plakat, dass es in diesem speziellen Zug WLAN gibt. Offenbar testet der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein gerade WLAN in Nahverkehrszügen einzubauen und das war wohl so ein Testfahrzeug. Und mit näherem Hinsehen habe ich also rausgefunden, dass man sich da einfach einloggen kann. Da muss man wohl irgendwie so eine Startseite bestätigen und dann hat man 500 MB Volumen frei pro Tag. Das ist zweieinhalb Mal so viel wie im Fernverkehr der Deutschen Bahn, was mich sehr freut. Was mich nicht so sehr gefreut hat, war, ich konnte mich nicht einloggen, denn mein Telefon blieb immer bei IP wird abgerufen hängen und machte dann nicht weiter. Dann war ich ganz froh, dass ich auf der Seite des Zuges saß, der Richtung Husum zeigte, denn da musste der Lokführer an mir vorbei. Und dann habe ich ihn angesprochen und sagte, Mensch, können Sie vielleicht mal dem WLAN-Router einen Tritt geben? Ich kann mich da nicht einloggen. Und dann guckte er mich mit riesengroßen Augen an und sagte, er hätte überhaupt keinen Einfluss drauf. Er wüsste überhaupt gar nicht, wo das Ding ist und wie das funktioniert und so weiter, sei ihm auch nicht bekannt. Also er könne da nichts für mich tun, sprach es und schließt sich in seinem Lokführer-Kabuff ein. Das heißt, die Fahrt habe ich dann ohne WLAN verbracht, was wirklich schade war. Ich hätte das gerne ausprobiert und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn er jetzt kein Einzelfall ist und hypothetisch mal betrachtet ist vielleicht dieser Zug der einzige Testwagen mit WLAN, dann wissen wir jetzt wirklich nicht, wie lange das Ding schon ausgefallen ist, also wie lange es keine Anmeldungen annimmt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die haben dann das Teil da eingebaut vor 14 Tagen, lassen den jetzt irgendwie zwei Monate durch die Lande fahren und lesen dann am Ende die Statistik aus und stellen fest, es haben sich nur drei Leute angemeldet und das waren auch noch Mitarbeiter von uns, weil sich halt in der ganzen Zeit niemand mehr darum gekümmert hat, dass das Ding einfach nicht funktioniert. Und dann gibt es am Ende kein WLAN in Schleswig-Holstein-Zügen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, schade, sehr schade. Dann wollte ich euch noch erzählen, ich habe ein Fahrrad gekauft diese Woche, weil ich mich einfach grundsätzlich mehr bewegen möchte. Ich möchte ein bisschen versuchen, an meiner Bikini-Figur zu arbeiten und dazu möchte ich Sport machen und vor allem schwimmen gehen. Jetzt ist es so, das Schwimmbad in Husum, das ist eigentlich ganz cool. Habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, dass ich da schon mal war und das ist aber zu weit, um hinzulaufen, finde ich. Und es ist aber zu nah dran, um mit dem Auto zu fahren. Das ist halt das Problem an der Kleinstadt. Ja, deswegen habe ich überlegt, vielleicht wäre es cool, mit dem Fahrrad zu fahren, so als Mischform und habe mir deswegen ein Fahrrad gekauft. Auch insgesamt ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, ein Fahrrad zu haben. Jetzt habe ich also, war ich im Fahrradladen meines Vertrauens bei Zweirad Klausen und also die waren nur deswegen Fahrradladen meines Vertrauens, weil auf der Straße, wo mehrere Fahrradläden sind, der am nächsten an meiner Wohnung dran war. Und die waren aber sehr, sehr nett und haben sich Zeit genommen für mich, weil ich auch eine Menge doofe Fragen hatte. Und dann haben wir, irgendwie habe ich zwei oder drei Fahrräder Probe gefahren. Die waren im Prinzip alle ungefähr vergleichbar, so auch preislich lagen die relativ dicht beisammen. Und die haben sich aber, wie gesagt, einfach die Zeit genommen dafür. Wir waren ungefähr eine Dreiviertelstunde, waren wir locker beschäftigt, vielleicht auch länger. Naja gut, hinten mit Bezahlen und Kodieren raus war es doch über eine Stunde. Und ja, das war insgesamt schon mal ein sehr angenehmes, angenehmes Geschäftemachen, will ich mal sagen, weil es halt ein Fachhandel ist, der mit kompetenten Mitarbeitern. Und während ich das Fahrrad bezahlt habe, hat gleich ein Kollege das mit nach hinten genommen in die Werkstatt und hat nochmal alles durchgecheckt und hat das nochmal überprüft, ob alles in Ordnung ist, ob die Schrauben angezogen sind und so weiter. Bei der Gelegenheit ist ihnen leider eine Schraube abgebrochen, abgerissen. Die kriegten sie dann nicht mehr raus, mussten sie rausbohren und dann kam er dann ganz kleinlaut an, ob er das dann abends vorbeibringen könnte. Sie müssten erst einen neuen Bohrer kaufen, der einen, den sie brauchen, der ist wohl weg. Das ist ja kein Problem. Dann haben wir es halt so gemacht. Und ja, kodiert haben wir es insgesamt noch und ich habe noch ein Schloss mit dazu gekauft. Da war ich am Ende, ich habe hier irgendwo die Rechnung mal wieder rumliegen, war ich am Ende bei 489 Euro für alles. Habe dazu noch einen Gutschein bekommen für die erste Inspektion. Und wie gesagt, die haben sich einfach eine Menge Zeit genommen und das Fahrrad ist wirklich top in Schuss. Und also das mir wäre ja, also ich hätte mir wahrscheinlich, wenn ich das im Internet gekauft hätte, hätte ich zwar 60 Euro sparen können an dem Ding, hätte dann aber wahrscheinlich irgendwie, ja, dann stehst du halt da. So, jetzt weißt du ja nichts darüber. Und vor allem hätte ich wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht damit, beziehungsweise wenn mir die Schraube abgerissen wäre, naja, was hätte ich denn da machen können? Also war ich sehr, sehr froh und ich finde auch, der Preisunterschied ist durch Beratung und Service absolut gerechtfertigt. Und dann habe ich also am Freitag, nee, Donnerstag habe ich das Fahrrad das erste Mal bewegt und bin genau 500 Meter weit gekommen, da hatte ich einen Platten. Keine Ahnung, also ich habe im Nachhinein nicht herausgefunden, woran es lag, denn, also ich musste zur Arbeit, war auf dem Weg zum Bahnhof, wie gesagt. Und auf einmal war der Hinterreifen platt und dann habe ich das Fahrrad also die letzten, was weiß ich, 800 Meter geschoben. Und direkt am Bahnhof ist die Radstation von der Diakonie, wo also Leute mit Einschränkungen arbeiten in so einer Fahrradwerkstatt. Und die bieten eben am Bahnhof eben auch so eine Unterstellmöglichkeit an, also mit Bewachung und so weiter. Und die machen halt dann da auch kleine Servicegeschichten. Oder wenn sie das nicht hinkriegen, dann geben sie es in die hauseigene Werkstatt, da wird dann irgendwie hintransportiert. Und das habe ich also da abgegeben und gesagt, hier bitte der Reifen ist platt, bitte mal reparieren. Dann guckt er und sagt, Mensch, das ist ja eine nagelneue Decke. Ich sage, ja, richtig, das habe ich gestern gekauft, das Ding, das ist keine Ahnung. Und also ich nehme mal an, dass da vielleicht einfach dieses, da ist ja so ein Band drin, dass das vielleicht irgendwie verrutscht ist oder irgendwas. Sie haben es mir nicht gesagt, weil ja, die haben, die Leute vor Ort haben es nicht repariert. Und die, die es repariert haben, haben mutmaßlich nicht daran gedacht, irgendwie mal zu erklären, was es war. Ist auch völlig egal. Ich habe jetzt für, also Donnerstagmorgen habe ich es abgegeben, Freitagnachmittag habe ich es abgeholt, weil ich am Donnerstag noch wieder in Kiel war bis spätabends und da hatten die schon zu. Also habe ich dann für zwei Tage Unterstellen und die Reparatur nochmal 18,50 Euro hingelegt. Finde ich auch okay. Und ich werde das in Zukunft, glaube ich, so machen, dass ich jetzt regelmäßig mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahre, zumindest wenn ich in deren Öffnungszeiten unterwegs bin, um das Fahrrad dann da abzustellen. Ich möchte nicht irgendwie mein Fahrrad am Bahnhof anschließen. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Da sind mir zu viele Baggerluten unterwegs. Wahrscheinlich ist das Quatsch. Aber irgendwie ist halt neu und soll halt auch möglichst lange erhalten bleiben. Ja, die erste Radtour haben wir schon gemacht, meine Frau und ich. Wir sind heute mal von unserem Haus aus an ihrem Arbeitsplatz vorbei, ein bisschen raus Richtung Schobel und Nordstrand und da dann irgendwo links abgebogen zum Deich hin und dann an der, also wasserseitig am Deich durch den Dockhoek wieder zurück nach Hause. Das war richtig schön. Etwas über eine Stunde waren wir unterwegs und waren jetzt, ich sage mal, moderat angestrengt. Also ich, ne, so, das war, das ist halt, wir sind ja flachland, die Ruder hier. Das kann man gut machen. Mein Fahrrad übrigens, bevor ich das, bevor ich nachfragen komme, hat eine Siebengang-Nabenschaltung, Rücktritt und auch ein Nabendynamo mit LED-Lampe. Und, ja, fährt sich total gut im Vergleich zu dem klappergebrauchten Fahrrad von meiner Frau. Das ist, also, ich habe, sie hat mir das immer angeboten, dass ich auch ihr Fahrrad benutzen kann natürlich, aber ich habe gesagt, das ist mir zu wackelig hin, zu klapperig möchte ich nicht. Also ich fühle mich da wirklich nicht wohl drauf, das ist einfach so. Und Mainz, naja, gut, das, wir hatten jetzt mehrfach die Situation, dass es so ein bisschen bergab ging am Deich zum Beispiel und dann war sie noch mit Strampeln beschäftigt und ich rollte im Leerlauf glittig an ihr vorbei, möchte ich fast sagen. Das ist also wirklich ein Mordsgerät. Hat einen Heidenspaß gemacht. Eine Sache möchte ich noch erzählen, und zwar geht es um die hochgelobten US-Podcasts. Wird ja immer so, ja, wenn irgendjemand über Podcasting spricht, dann wird auch ganz häufig in die USA geguckt mit Serial und Weiß der Schinder und die machen ja alle viel bessere Podcasts als wir und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mal, weil meine Podcatcher-Liste einfach leer war und ich nur noch irgendwie zweieinhalb Stunden Material in der Playlist hatte, mit dem ich mir die Zeit vertreiben könnte, habe ich mir einfach ein paar Sachen wahllos bei FÜT zusammengeklickt. FÜT, die Podcastsuchmaschine, kann ich auch sehr empfehlen. F-Y-Y-D.de Und da bin ich auf den What-the-fuck-Podcast mit Marc Maron gekommen und das ist eigentlich das Top-Beispiel, warum ich keine US-Podcasts hören möchte. Ich finde das einfach wahnsinnig anstrengend, denn dieser Typ, also ich paraphrasiere mal, das ist so ungefähr geht das los mit, hallo, hier ist der Podcast, geht gleich los. Ich habe heute James Hetfield von Metallica im Interview, aber vorher wollte ich noch über eine Sache sprechen und zwar über Matratzen. Kennt ihr das, wenn ihr so nicht einschlafen könnt und der Rücken tut euch weh und bla bla und dann erzählt er mir was über Matratzen. Und dann streut er irgendwie 30 Sekunden irgendwie was ein, so, ach ich habe mir neulich den Finger geschnitten mit dem Messer, hat geblutet wie Scheiße und ich habe also jetzt irgendwie versucht, das dann mit einem Verband festzumachen, damit der Finger da nicht offen bleibt und im Krankenhaus hätte ich da ein Schweinegeld für bezahlt. Gleich spreche ich über James Hetfield und das Interview mit ihm, aber vorher wollte ich euch noch kurz erzählen, holt doch eure Briefmark in Zukunft bei Stamps.com. Stamps.com macht bla 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 bla. Sechseinhalb Scheißminuten erzählt er mir irgendwelchen Werbekack, bevor der zu dem eigentlichen Inhalt kommt. Und das kann ich nie haben. Also ich habe nichts dagegen, ich habe es mehrfach gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Leute mit ihrem Podcast Geld verdienen wollen und gerade in den USA ist das offenbar ein veritabel funktionierendes Geschäftsmodell. Alles schön, alles gut, darf jeder machen, wie er will, aber das finde ich kacke, wenn der Inhalt so unterbrochen wird. Wenn Werbung im Podcast finde ich zum Beispiel, dann sollte es irgendwie vorne anstehen als Pre-Roll-Spot. Und nach meinem Gefühl auch gerne, was produziert ist, also so wie im Radiospot halt auch ist, ich möchte eigentlich nicht, dass mir der Podcast Sprecher die Werbung vorliest. Und es ist gerade auch neulich irgendwie von 4000 Hertz was rausgekommen, wo sie das auch so machen. Ne, mag ich nicht, finde ich lästig, finde ich viel zu übergriffig, das so zu machen. Und ja, ich verlinke euch den Scheiß einfach mal von Marc Maron und auch hier das Klangpflaster von 4000 Hertz, was da neulich im Mixer erschien. Das sind für mich einfach Negativbeispiele für Werbung im Podcast. Ich finde, also bei 4000 Hertz, die machen sie, die halten sich ja an die Werberichtlinien, die machen halt zumindest noch so einen Werbepingel vorne dran. und machen auch am Ende noch wieder so ein Geräusch, dass man also genau weiß, von hier bis hier ist Werbung. Das machen die Amis nicht, das finde ich noch schlimmer, aber es nervt halt trotzdem. Also bitte, wenn ihr mit eurem Podcast Geld verdienen wollt, dann überlegt euch was anderes, aber macht es nicht so. Vor allen Dingen nicht den Inhalt unterbrechen, irgendwo in der Mitte an einer spannenden Stelle womöglich. Denn das ist auch etwas, das ich, wie hieß der denn wieder? Reply All oder so. Die haben dann auch irgendwo an zwei, drei Stellen mittendrin, haben sie einfach, also sehr nahtlos, sehr organisch vom Übergang her, also es wirkte fast, als wären sie im Gespräch darauf gekommen, aber trotzdem halt Werbung mit reingebracht. Und das fand ich halt doof. Ähm, naja, gut. Aber ich will nicht mit was Blödem aufhören, sondern mit was Tollem. Und zwar habe ich, ähm, ja, also ich habe das halt, als meine Podcatcher-Liste, so meine Playlist so leer war, und ich so ein bisschen verzweifelte, habe ich halt bei Twitter geschrieben, hier bitte mehr produzieren. Ich habe fast kein Material mehr zu hören. Also, ähm, kamen dann auch diverse Vorschläge, was ich alles, ähm, noch hören könnte. Zum Beispiel auch die Fünf-Stunden-Kulturpessimisten-Folge Top 5 des Jahres, ähm, die habe ich jetzt noch vor mir. Und ich habe auch, ähm, bekommen einen Hinweis auf den Podcast, habe ich gehört, fand ich gut. Das ist eine hervorragende Idee. Da setzt sich jemand hin und empfiehlt, ähm, so Hörstücke. Also, ähm, ja, wie, wie nenne ich das? Ähm, das sind, ähm, also zum einen, bei dem einen, er hat zwei Empfehlungen in seiner ersten Folge. Markus Anheuser macht den Podcast, ähm, zwei Empfehlungen drin. Einmal ein, ein Hörspiel, das mit Kunstkopf aufgenommen ist und dementsprechend einfach sehr, sehr räumlich klingt. Und die Ausschnitte, die er drin hat, sind wirklich sehr beeindruckend. Das macht richtig Spaß. Das muss man allerdings irgendwo kaufen. Ähm, und er hat drin einen Link zum Zeitzeichen. Ähm, das Zeitzeichen vom 22. November hat ihm wohl auch gut gefallen. Und er spricht nicht einfach nur drüber. Sondern er untermalt das Ganze mit Musik. Hat da verschiedene Ausschnitte. Und, und macht also wirklich so eine richtige, ja, so eine richtige Rezension darüber. Ähm, und erzählt, was, was ihm daran so gut gefällt und was man darüber wissen muss. Und das fand ich total beeindruckend. Hat einen Mordspaß gemacht beim Hören. Und, und ich konnte da richtig gut, also er erzählt sehr, sehr angenehm. Ähm, wie es produziert ist mit der, mit der Musik da drunter. Die ja, ähm, die, die Musik ist einfach schön ausgewählt. Und klingt alles toll zusammen. Ähm, also ich bin da richtig drin versunken. Eine Folge gibt es bisher von diesem, äh, wunderschönen Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang ist die denn? Viertel Stunde oder sowas. Wird das wohl sein? Ähm. Kann ich nur empfehlen. Empfehle ich sehr, sehr gerne. Ähm, und ihr findet den Link dazu selbstverständlich in den Shownotes auf meineURListlingealsdeine.de. Und sonst so? Sonst so ist eigentlich nix. Ach so, doch. Ja, doch, heute ist was. Ähm, eine kleine Sache noch, die ich, äh, wo ich gerade erst mit anfange. Wir haben jetzt, äh, meine Frau kam von ihrer Fortbildung zurück und hat von einer Serie erzählt, die sie, ähm, wo sie eine, eine Rezension gelesen hat bei Spiegel Online, nämlich Jerks. Das ist ein neues Projekt von, äh, Christian Ulmen, äh, in der spielt er sich selbst, ähm, und hat sich in der Serie gerade frisch von Colin Fernandes getrennt und ist jetzt mit seiner neuen Freundin gerade dabei, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Geht alles irgendwie schief und deswegen muss er kurz beim Kollegen unterkommen und, äh, das geht heillos durcheinander. Das Ganze ist ein, ein vollgeladen mit Fremdschämenmaterial, ungefähr 30 Minuten, ist allerdings exklusiv bei Maxdome. Jetzt will ich da keine Werbung für machen. Wir haben jetzt uns mal den Probemonat geklickt von Maxdome und, ähm, werden das mal ausprobieren. Also hauptsächlich geht es uns um diese eine Serie. Mal gucken, ob da noch irgendwas drinsteckt, was irgendwie Spaß macht. Im Augenblick denke ich, werde ich nach dem Probemonat wieder kündigen, denn, ähm, naja, also es ist halt offenbar so, man zahlt 8 Euro im Monat und bekommt dann irgendwas. Die haben aber viel mehr in der Liste, für das man gegebenenfalls nochmal extra bezahlen muss und das finde ich dann irgendwie komisch, ähm, denn das habe ich mit Entertain ja auch schon. Also ich habe halt die ganzen Fernsehprogramme und habe diese, zusätzlich diese On-Demand-Videothek, wo ich mir dann per Klick halt irgendwie für zwischen 2 und 5 Euro einen Film noch, äh, runterladen kann, den ich dann entweder innerhalb von 48 Stunden gucke oder, ähm, ich zahle ein bisschen mehr und dann ist der, mein Eigentum, dann ist der irgendwo, keine Ahnung, für mich abrufbar und dann kann ich den halt immer gucken, solange ich möchte. Und jetzt, also der Gedanke, dann jetzt nochmal zusätzlich zu bezahlen, damit ich dann, keine Ahnung, nochmal irgendwo was kaufen muss, schockt mich irgendwie nicht an, aber ich bin ja auch bei Netflix noch nicht auf den Zug aufgesprungen, da fahren ja auch alle voll drauf ab. Mal gucken, wie sich das entwickelt und, äh, wie wir mit MagStorm weiter umgehen. Ähm, wir haben jetzt im Augenblick, und vielleicht gibt es da noch eine andere Option, ähm, keine MagStorm-App auf dem Fernseher installiert, weil ich noch nicht rausgefunden habe, ob das überhaupt geht und wenn ja, wie. Ähm, sondern ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich, äh, mir die App aufs Handy lade oder geladen habe und dann über den Google Chromecast wir uns die Filme angucken. Ähm, hat mit der ersten Folge von Jerks ganz gut funktioniert. Ähm, ich kann das Handy dabei auch weiter benutzen, wenn ich das möchte. Ich muss, muss es nicht zur Seite legen. Heißt natürlich auch, äh, wenn ich nicht da bin, dann hat meine Frau im Prinzip keinen Zugriff darauf, weil jetzt im Augenblick der einzige Zugang zum MagStorm mein Handy ist. Wir haben aber noch hier ein Tablet rumliegen. Das, ähm, werde ich dann halt einfach da mit dem, äh, na, Google Chromecast, äh, noch irgendwie verknuppern und dann geht das ja auch. Ja, ich werde berichten, ähm, und ich empfehle Jerks zu gucken. Wenn ihr zufällig MagStorm-Kunden seid, dann guckt euch das an. Das ist übrigens das, was ich, äh, überhaupt gar nicht, gar nicht leiden mag, ähm, an diesen Streaming-Portalen, dass die alle irgendwie jetzt anfangen, ihre eigenen Serien zu produzieren. Ich meine, es ist ja schön, dass es da neue Produzenten gibt, aber letztlich, wenn ich es richtig verstanden habe, beauftragen die ja auch nur, in Anführungszeichen, irgendwelche Studios, äh, die das für sie machen, die sowieso schon auch die Serien auf den normalen Markt werfen könnten. Also es wird offenbar jetzt halt auch ein bisschen mehr produziert, nicht nur die Fernsehsender kaufen ein, sondern jetzt auch die Streaming-Dienste. Und am Ende, wenn ich wirklich alles sehen möchte, was gerade irgendwie popkulturell einigermaßen relevant ist, dann muss ich irgendwie bei fünf, sechs, acht Streaming-Diensten Kunde sein. Ähm, so, so ein hohes Media-Budget habe ich nun nicht im Monat, von der Zeit mal ganz abgesehen. Dabei fällt mir ein, ich muss meinen Lottoschein noch kontrollieren. Ja, hier war ja gerade jetzt, ähm, ging ja durch die Presse letzte Woche, ähm, hat ja jemand beim Mittwochs-Lotto, äh, 31 Millionen gewonnen, der kam aus Schleswig-Holstein. Ähm, ich habe gleich, ähm, allen Bescheid gesagt, ich bin es nicht, äh, falls es auch stimmt, also andererseits, ich spiele ja sowieso nur Euro-Lotto, diesen Euro-Jackpot, ähm, da sind die Gewinnchancen ein bisschen besser als beim richtigen Lotto, und es sind immer mindestens 10 Millionen im Jackpot. Und dann ist der Trick, das ist mir jetzt auch aufgefallen, eben gerade nicht dann zu spielen, wenn hohe Summen im Jackpot sind, jetzt war neulich irgendwie gerade 90 Millionen im Euro-Jackpot, ähm, und da habe ich nicht gespielt, sondern ich spiele immer dann, wenn der Jackpot gerade geknackt ist, weil ich mir vorstelle, dass dann einfach weniger Menschen mitspielen, und wenn ich dann gewinne, ist die Chance kleiner, dass jemand anders auch meine Zahlen hat, das heißt, ich habe die ganze Kohle dann für mich. Ist wahrscheinlich statistisch gesehen und stochastisch und überhaupt völliger Mumpf, aber ich stelle es mir halt vor, und ich stelle mir auch vor, also das ist auch so ein Fall, also meine, meine Obergrenze ist immer ein Spiel eine Woche, ein Schusseintreffer, das muss sein, ähm, es gibt halt ja nur eine Chance, so, und, äh, ich werde jetzt nicht anfangen, da irgendwie mehr als 2,60 Euro auszugeben, und vor allen Dingen auch nicht jede Woche, sondern, naja, alle zwei Monate vielleicht mal. Ja, aber wenn ich da was gewinne, lasse ich es euch wissen, dann schicke ich euch allen eine Postkarte aus der Karibik, das war im neuen Haus. Also, das wird super. Was hat mich denn jetzt geritten, euch das auch noch zu erzählen, das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Na gut, lassen wir es mal gut sein an der Stelle, ich wünsche euch eine fantastische Woche, vielen Dank fürs Zuhören, und ich werde mich jetzt noch ein wenig mit einem fantastischen Geschenk beschäftigen, das ich auch bekommen habe diese Woche, denn am Mittwoch war ja Podcast-Geburtstag, Jörn Schaas feiner Podcast wird 3, das heißt, er darf jetzt langsam in den Kindergarten, und aus diesem Anlass hat mir der fantastische Stefan Proksch ein Geschenk gemacht von meiner Amazon-Wunschliste, nämlich ein Emergency-Moustache-Set, das ist so ein kleiner Pappkarton, hab euch ein Foto in den Shownotes verlinkt, das ist total geil, so ein kleiner Pappkarton, und da sind 6 Schnurrbärte zum Aufkleben drin, also ziehst hinten eine Folie ab und klebst erst so auf die Oberlippe, ähm, Es ist einfach großartig bescheuert, also hast halt für den Notfall immer einen Stolzer dabei, und wir haben das natürlich zu Hause gestern direkt ausprobiert, meine Frau hat sich da einen wunderschönen geschwungenen Schnurres angeklebt, natürlich ein bisschen schief, ähm, weil sie, also sie ist halt dann nicht extra für irgendwie vor den Spiegel gegangen, sondern hat einfach so nach Gusto, ähm, da rumgeklebt und hatte dann danach, äh, für mehrere Minuten einen französischen Akzent und hat immer gerufen, kiss me, Cherie, das ist wahnsinnig witzig, ähm, auch davon gibt's natürlich ein Foto in den Shownotes, äh, also an der Stelle, Stefan, nochmal vielen, vielen Dank, das, hi, 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 also ich hab mich ja schon gefreut, als ich das Ding überhaupt, diese, diese Packung allein in den Händen hielt, ähm, und, äh, den Spaß, den man damit hat, den kann man nur als sehr, sehr groß und sehr umfangreich beschreiben, das, ähm, ja, großartiges Geschenk, vielen, vielen Dank, so, und jetzt aber, schöne Woche für euch, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.